Hallo zusammen! Im Raum Köln gibt es einen Freundeskreis von Keyboardern, die sich regelmäßig treffen und zwei dieser Keyboarder betreiben auch ein Forum mit dem Namen Keyboardtreff und nicht umsonst trägt dieses Forum den Untertitel Das Freundliche Forum. Sehr interessante Beiträge und es wird auch sehr viel ausgetauscht und in diesem Forum ist auch Peter Schipps vertreten, der ein professionelles Studio betreibt unter dem Namen Sounddesign. Er stellt übrigens sehr viele Sounds auch für die Yamaha Keyboards zur Verfügung, also es lohnt sich einmal auf seine Webseite zu schauen. Ich habe unten einen Link eingebracht, ein exzellenter Musiker und von ihm kam auch die Idee, dass alle oder dass viele User einfach mal das gleiche Lied einstellen mit unterschiedlichen Interpretationen. Im Moment ist das Ramona. Peter Schipps hat sich natürlich nicht stumpfen lassen, hat extra sein Studio aufgeschlossen, Strom auf alle Apparate gelegt und eine super Version von Ramona, die ganz dicht am Original ist, eingespielt. Nun, das kann ich mit meinem kleinen PSR-Keyboard nicht, aber ich versuche das einmal zu interpretieren. Ich habe mich davon leiten lassen, dass es am Anfang so ein ganz dünnes Gitarren-Intro gibt und dann wechselt der Rhythmus von einem geraden Style in einen Shuffle-Rhythmus. Hört euch gerne einmal mein Ergebnis an. Hört euch gerne mein Ergebnis an. Hört euch gerne mein Ergebnis an. Hört euch gerne mein Ergebnis an. Nachspielen und wer Interesse an dieser Registrierung hat, die findet ihr wie immer kostenlos auf meiner Webseite zum Download.